Liebe Freundinnen und Freunde auf Instagram, auf Facebook und auf anderen sozialen Kanälen, ich freue mich, dass Sie mir kurz zuhören, aber richtig gut zuhören, weil es geht nämlich um den Rare Disease Run. Und dieser Run, wie der Name schon sagt, ist jetzt dann Ende Februar, Anfang März. Und hier geht es natürlich auch um seltene Erkrankungen, es geht um Kinder und Jugendliche und ich darf da Schirmherr sein. Und ich bitte Sie, melden Sie sich an, dass Sie hier mitmachen können, dass Sie hier diese Szene unterstützen. Ich habe am 8. Dezember mit vielen, vielen Mitstreitern hier seltene Erkrankungen in Bayern ins Leben gerufen und wir werden das ganze Jahr 2023 zusammen mit der Köhler Stiftung, werden wir hier Veranstaltungen machen. Auch hier würde es mich freuen, wenn Sie teilnehmen, aber zuerst natürlich hier beim Lauf. Bitte sind Sie dabei, bitte unterstützen Sie, es ist eine ehrenwerte Aufgabe und glauben Sie mir, als Abgeordneter des Deutschen Bundestags kriegen wir viele solche Krankheiten mit und die brauchen Hilfe und Unterstützung. Also, ich danke Ihnen, Wiederschauen. Ich danke Ihnen, Wiederschauen.